Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Wir haben das letzte Vorbereitungsspiel gegen Real Madrid in Seattle, also auf der US-Tour. Im letzten Spiel haben wir unser erstes Tor erzielt, auch unser Kumpel Gareth Walker hat sein erstes Tor erzielt. Und jetzt, ja, nicht Startelf bei uns, heißt es wieder ab auf die Bank. Aber wir haben zwei gute Leistungen hinter uns und was mir aufgefallen ist, gerade in der Aufnahmepause, erstmal muss ich sagen, eigentlich wollte ich diese Folge gar nicht mehr aufnehmen, sondern erst in der nächsten Session. Aber mir macht es gerade so unglaublich viel Spaß, dass ich wahrscheinlich noch ein paar aufnehme, ich weiß es gar nicht. In den Einstellungen habe ich mal reingeschaut, was Realismus betrifft, Foulspiele und so weiter. Handspiel hatte ich gar nicht angeschalten. Ist jetzt aber passiert, ist jetzt angeschalten. Ja, wir gehen rein ins Spiel. Ja, wir kommen zum letzten Vorbereitungsspiel, wir sind vollfuß und flach geschmackt. Heute geht es hier um den letzten Feinschliff. Alles ist auf den Semonstart ausgerichtet. Und los geht's. Warte, da war sie. Ja, wir gehen zur Pause. Ja, wir gehen zur Angriff. Ja, wir wollen mehr. Führe 5-2-Körper aus Basel über 7,0 das Ziel und hol dir den Ausgleich. Also hole mindestens einen Remis. Wir kommen für Negredo rein, der sich jetzt verletzt hat. Leider Gottes. Alvaro Negrito, der Altstar. Sozusagen. Ja, und jetzt haben wir erstmal... Also ich spiele ganz vorne im Sturm. Das war die Gelegenheit, aber es bleibt beim Unentschieden. Es bleibt beim Unentschieden. Wie steht es überhaupt? Ja, es steht 0 zu 0. Also, wohl mindestens ein Remis. Gegen Real Madrid wäre das natürlich ein Riesenerfolg mit Middlesbrough. Muss man dazu sagen. So, jetzt muss ich mir ungewohnt, umgewöhnen, dass ich nicht zu weit nach hinten ziehe, weil ich bin ja in vorderster Front aufgestellt. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Das heißt, wir werden uns auch hier vorne aufhalten. In der Hoffnung, dass so langsam auch mal der Ball dann zu uns kommt. So, da kriegen wir den Ball auch. Vielleicht hätte ich es doch selbst probieren sollen. Die Defensive steht. Alexander könnte jetzt natürlich von dem Ausfall profitieren. Ja, das ist seine Chance. Jetzt kann er zeigen, dass er aufhört. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lukas Vazquez. Ja, ich könnte natürlich profitieren von dem Ausfall. Das ist klar, wenn ich mich aufmerksam mache, dementsprechend. Ich möchte natürlich gerne beim Ligastart in der Mannschaft stehen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ähm, schade. Dann habe ich mir den Ball erst geholt und dann war er wieder weg. Sie bekommen den Einwurf. So, Wechsel. Jetzt kommt der Wechsel. Stuart Downing geht und Gaston Ramirez kommt ins Spiel. Ja, Ronaldo und Benzema kommen da rein für Fernandes und Thomas. 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 Keine Ahnung, den Spieler kenne ich gar nicht. Also Ronaldo schon. So, das heißt, die Rüsten nochmal auf personell. Haben da schon noch ein bisschen was auf der Punk. Ah, schön dürfte spielen, Jamal. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Ah, schade. Und durch die Beine. Ich war bei ihm nicht so begehrt, dass der Ball überhaupt durchkommt. Aber gut, es hat geklappt. Es hat immerhin geklappt. So, wir müssen mindestens ein Unentschieden holen. Ich denke, das wird schwer genug. Also ein Törchen soll ja schon sein für uns. Wenn es immer. Dass wir da eins dran kranken. So, jetzt stehe ich schon wieder viel so weit hinten. Also ich muss aufpassen. Und das noch in der Abwehr. Da verlieren sie den Ball. Sart. Ich darf vorne wieder reinkommen. Oh, der war nichts. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Da behandeln sollen das war. Das statt den langen Ball zu spielen. Christiano Rodaldo vor Bayern Gegenspieler. Ich bin schon wieder viel zu überlegen. Ich bin das nicht gewohnt. Ich spiele eigentlich selten dann an Stürmer. Ja, das habe ich vermutet. Das habe ich genau vermutet, dass das passiert. Da kannst du als Keeper nicht schnell genug reagieren, wenn das Ding so angeschossen kommt. Noch mal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, schade. Jetzt müssen wir ja mal den Rediger. Bis zur zweiten Hälfte warten. Aber jetzt fällt endlich der erste Treffer. Regulär ist ein Wunsch für die Allerzien. Eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt wird es, ja, Zeit, dass wir da... Ein guter Doppelpass. Lassen wir den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Abschluss. Jetzt hat er die Chance zum Ausgleich, aber er macht den Ball nicht rein. Der Schuss war einfach nicht gut, aber sie haben ja noch Zeit. Ja, sie haben noch Zeit, sie haben noch Zeit. Gas gehen, drauf. Und Ronaldo. Stoppt ihn. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt war ich falsch gestanden, sonst hätte er mich anspielen können gleich. Alexander jetzt. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Guter Zweiker. Bail am Ball. Da habe ich genau reingedreht. Schade. Guter Ball nach draußen. Stoppt den, stoppt den, stoppt den. Der Ball ist leichte Beute für die Verteidiger. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Zeit, um hier noch den Ausgleich zu machen. So, das haben wir schon mal. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Ja, das war blöd. Ich neige immer dazu, viel zu früh, wirklich die Passansage zu machen. Also zu sagen, wo ich den Ball hindern will, dass ich den Ball haben will. Ja, dann kommen solche viel per se eben zusammen. So kommen wir da ran, oder? Dann bleiben wir da. Philipp Lienhardt. Haa. Das ist üppig. Es gibt fünf Minuten oben drauf. Fünf Minuten nach Spielzeit. Oh Gott, und Ronaldo wieder. Oh Gott. So kommt, bring den Ball nach vorne, bring den Ball nach vorne. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das Galeben war. Ja, dann hat eigentlich alles gestimmt. Nur der Abschluss nicht präzise genug. Das macht er gut. Oh, schade. So blödes Tor bekommen. Wie bewertest du Alexander heute? Also wird sich zeigen, ob er den Ausfall kompensieren kann. Heute jedenfalls war es zu wenig. Er wird sich garantiert steigern müssen. Ja, das ist richtig, was zu wenig. Das war zu wenig. Wir haben nichts von unseren Bonusleistungen geholt. Tja. Schade. Das könnte uns nicht mehr auf Platz kommen. Final Preseason Game and off to a winning start. Ja, wir haben gut angefangen. Es ist eine lange Zeit. Aber es ist immer gut zu beginnen, mit einer Verkaufung zu beginnen. Aber es ist immer gut zu beginnen, mit einer Verkaufung zu beginnen. Denkst du, dass der Verkaufung einen großen Verkaufung auf das Spiel hatte? Ja. Es hat viel, aber Alejandro hat die Möglichkeit zu kommen. Und er hat einen guten Spiel gemacht. Ja, wir werden also von Javes Rodriguez gelohnt. Immerhin. Ja, aber keinen Bonus bekommen. Dementsprechend hat sich auch nichts verändert. Ein paar Follower mehr haben wir. Ja. Immerhin. Ein klein wenig Attributzuwachs. Ähm. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt. Aber zumindest sind wir in der Gesamtwährung ein bisschen nach oben gestiegen auch. Jetzt bei 62. Haben wir einen Skillpunkt bekommen. Ja, weiter geht's. Wir machen gleich naderlos weiter. Halt uns jetzt gar nicht lange auf. Ähm. Ich denke wir werden jetzt... Ja... ...wieder zurückfliegen. Rayo, Madrid, Mann. Ich weiß, Mann. Ich kann es trotzdem nicht glauben. Ui. Wir haben alles gut da draußen, nicht wahr, Mann? Es ist wirklich so... Es ist echt, Mann. Aber es ist nur ein paar Pre-Season Friendlies. Sie haben sogar noch nie gespielt in der Start-Aulein. Premier League, Mann. Das ist das, was es gonna matter. Wir sind die schwersten in der Welt, Brav. Ich erzähle euch das, was mir macht. Ein Tag, wir spielen in Puddles in Clapham. In den nächsten Mal, wir sind gegen die Los Blancos. In front of tens of thousands of Yanks. Ja. Better get used to it, Brav. We're in the big time now. We're in the big time now. With our main man up front out to... Who knows when. Me and you. Ähm. Ja. Irgendwie ist hier ein kleiner Fehler drin. Ähm. Ah, jetzt weg. Hoffentlich bekommen wir eine Chance. Wir bleiben zurück. Ich hoffe, der Gaffer denkt, wir deserve a chance after this tour. Of course, wir deserve a chance. Ain't a defense out there that can cope with us, Brav. Your confidence is admirable. But your maths... Not quite so much. You what, Toro? By my calculations, only one of our first choice as strikers is currently injured. And two into one do not go. Oh. Obviously, I should be starting. Ja, man. If we wanna lose. Uh oh. Es geht um die Plätze. Freunde. Es geht um die Plätze. Freunde. Tja. Die Trainer fällt mehrere Monore aus. So, wir machen weiter. Wir sind zurück. Heutiger Schwerpunkt. Schießen im Training. Ja, wir werden mal sehen. Trainerwertung. In der Teamzentrale wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeigt gute Leistungen im Training und in Spielen, um Alex Trainerwertung zu erhöhen. Eine bessere Trainerwertung erhöht Alex Chancen, es im nächsten Spiel in die Starthilfe zu schaffen. Wenn Alex konstant gute Leistungen zeigt, er hält ihren Vorzug vor Spielern mit besseren Werten. Ja, wir sind ganz nah an der Startelf. Wir sind ganz nah dran. Und ja, wir wollen natürlich in die Startelf. Long range shots. When we're away, nothing silences the home supporters, like a stunner from 20 yards out. Ja, ich sehe gerade, wir könnten auch simulieren, aber da würde ich mal nichts in Zufall überlassen. Schieße auf die offenen Torbereiche. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball. Mehr Punkte gibt es, wenn du den Ball knapp neben dem Pfosten platzierst oder Ziele triffst. Ja, das machen wir doch mal. Das hatten wir ja schon. Nämlich in der Auswahl. So, da haben wir schon mal eins zerlegt. Ein Ziel. Oh, das war die Latte. Latte errettet. Und noch ein Ziel erledigt. Ah, das war knapp. Das war knapp. Aber exzellentes Training abgelehnt. Dann gehen wir gleich mal auf Fortsetzen. Überwinde den Torwart Perl-Lupfer. Und erziehe die Tore. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball. Also L, B und B. Da hat sich zu viel, was rechts hin hin, nichts geändert. Ähm, ja. So. 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 Zack. Dann haben wir schon mal das Erste. Und das Zweite hinterher. Also die Kunst sa便ig ist, das ist immer, dafür nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Oh schade, der ging daneben. Ähm, sonst hat man echt ein Problem und der kommt ran problemlos. Zack. Arbeits-Eck damit. Oh. Der war knapp. Da wäre er fast tatsächlich noch rangekommen. An die Latte. Schade. Aber auch da. Ja, Note A. War ein gutes Training. Gutes Training. Das bringt uns näher an die Stadtelf. Das bringt uns definitiv näher an die Stadtelf. Wir sind noch nicht ganz dran, aber es wird. Das bringt uns definitiv näher an die Stadtelf. Welcome to the squad. We made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias. We made the squad, mate. Yes. Get in. Yes. Come on. Come on, boy. You just watch from here. Yes. What? Oh, I don't know what to do with myself. I can't believe it. Can't believe it. The whole story, how it's built up, it reminds me a bit of the film Goal. ist so ein bisschen so aufgebaut junges Talent, kommt irgendwo aus der Vorstadt aus irgendeiner Kleinstadt oder was auch immer und schafft es dann das erste Mal ins Team in der Premier League damals ging es um Newcastle United ja, das erinnert mich alles ein bisschen daran, finde ich richtig cool aufgebaut gefällt mir richtig gut ja, wir stehen im Team für das erste Spiel und wie das genau ausschaut das sehen wir in der nächsten Folge das heißt hier Folgenpause und ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zusehen hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da habe ich schon lange nicht mehr gesagt schreibt es mir in die Kommentare was ihr von FIFA 17 Journey haltet und bis zum nächsten Mal macht's gut Ciao